So, Hallöchen liebe Mitstreiter. Willkommen bei Wesley Nigel auf Fleischhull, Black Ops, Kinder der Toten, Zombies, Part 4. Ja, die zwei sind ja ziemlich nah, also geh ich lieber mal weg. Okay, ich hab mal gepinkelt, deswegen ist meine Blase auch wieder leer. Okay, jetzt machen wir mal die anderen Türen auf. Yeah, ist das nicht niedlich? Nein, es ist gut, dass ich jetzt eine dritte Waffe kaufen kann, denn damit kann ich viel mehr Spaß machen. Sieh mal, man kann das hier nicht kaufen, weil man schon viele Sachen hat. Ähm, ja. Okay, diese Tür auch noch aufmachen. Okay, äh, ich glaube die Lautstärke wird jetzt ein bisschen hart werden. Ich hoffe, warte, man wird meine Finger wieder sehen. So, nein, man kann das so einsteigen, so, abtchen, denn hier pennen ein paar Leute, naja. Ich will sie nicht aufhängen. Okay, sie ist gut, so. Okay, aber noch ein bisschen. So. Du, halt deine Fresse. Jetzt, ja, das Lied finden wir, jetzt genießen. Das heißt, ich mache euch das Lied in die Deskription. Elena Siegmann, 112, also 115, ja, alles. Ein E-Stack ist hier. Da sieht man an der Spitze die Mitte zwischen den zwei Stangen drauf fallen. Und ein Radio schaltet sich an. Man kann es am besten sehen, wenn man einen Sniper hat. Ein paar E-Sex ist zum Beispiel dieser Reaper hier. Dieser Reaper hier steht etwas. Wartet mal. Hier wird noch, da ist noch ein Reaper. Ich trage euch die jetzt nicht alle, denn es sind viele. Was ist das? Ah, ein Nazi-Symbol. Zum Beispiel, hier ist auch noch ein Reaper. Also es gibt viele Reapers. Jetzt kaufe ich mal alle Waffen von der Mauer. Äh, wir fangen an HST-Assum mit. Ich glaube, das wird nicht reichen. Zack, zack. Zwei Geschenk. Hier ist gar nichts. 180, 360, 5,4, nein, nicht gerade 5,4. Steak auch. I need a steak. Steak, steak. Ich glaube, das wird nicht da gehen. Es wird reichen. Ich habe mich schon wieder verredet. Seht ihr? Hier. Hier. Ich glaube, mir fehlt nur noch etwas. Genau, der Bowie. Bowie, 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 Bowie. Bowie, nice. Und ich glaube, jetzt habe ich einen. Da oben habe ich die Granate ja auch schon gekauft. Das heißt, ich habe einen. Ich habe das Wort Kiste vom Portal zu verheiratet. Und ich habe gesagt, man hat, man bekommt, da kommen auch so quadratische Kisten. Na, ich habe nicht mal so gemeckert, wer die Kiste nimmt. Und dann sagte, na, schmiss mein Kollege sich runter. Und dann haben wir geschrien, nehm doch die Kiste, wir brauchen die Kiste, Kiste, überall. Ja, Kiste, Kiste, hier, Kiste, da, und Kiste, Spaß. Ich habe auch, man hat keinen Spaß. Okay, jetzt, na. Ah, das nennt man eine Waffe. Aber, keine Ahnung, bei Black Ops finde ich einfach ein bisschen scheiße, die Waffen. Bei Wellen, woher sind sie viel mehr gefallen? Waren sie viel mehr, keine Ahnung. Thompson war einfach geil. Ich kenne die Waffen, ich meine, die, es gibt so eine wie eine, diese HK oder die FPK, die zwei Gatlings, nenne ich es mal, Minigun, kombinieren wir sie mal so. Es ist keine richtige Minigun, aber es sind so fette Maschinen. Es ist eine, hat so ein, so wie ein Dreieck, als Heel, als Visier, und das andere ist, keine Ahnung, so rechteckig, also hochrechteckig. Das heißt, na, let's höher, als breiter, so ein Rechteck. Ja, ich weiß aber nicht mehr, wie sie heißen. Es ist aber auch etwas mit Bowie, Bowie, Brownie, Brownie, keiner, nicht weiß ich mehr. Okay, das Lied ist herüber, und wir schlafen, auf dem Böker. Ja, so, wir haben ein paar Trophys, wenn man sich das zusammenzählt. Bom, 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 und jetzt, verriertet. Boah, na, schön, Mann. Klamoch, los, Sven. Hier, Klamoch, ich hab keine mehr, ha, 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 scheiße. Hier mache ich einfach, und hier, Mann, war's doch. Ich nehme einfach die andere Waffe, diese hier, mit der kann man gut trennen. Yeah, like a boss. Oh, scheiße. Diese Waffe könnt ihr abgrain, wenn ihr möchtet, wenn ihr genug Money habt. Ihr bekommt sehr schnell immer wieder Geld. Nach der Runde wird das immer mehr und mehr und mehr und mehr. Na, 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 ich bin jetzt hier begifft. Naja, ja, wenn man genug Money hat, kann man das ja auch leisten. Aber, am besten ist, man grad die beiden Waffen hier. Hier, but cool. Diese beiden, am besten nicht upgrade, da vorne, die dritte Waffe. Außer, ihr habt sie von der Mauer. Ja. Nein, vergesst das, können sie auch upgrade, die dritte. Scheiße, scheiße. Ich habe vergessen, das man. Kann doch nicht nehmen, weil ich von eins habe. Ja, bisschen, okay, wo es ihr macht, nein, Lies. Ja, Mann. Warten, 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 warten. Mann, das sind sie lang, so geht es auch. versteckt sich hier die ja so macht man ein Verliebungen und kann auch der Strom anschalten ist aber nicht gut ich ja einfach so ich mache Samantha Abigel und damit sagt er hat durch Külter aus Schausten Schaustegas jetzt kommt von irgendwo sie mal von irgendwo kommt jetzt immer so ein bisschen nehmen wir einfach mal die schnelle Waffe warten bisschen boah scheiße da bei jetzt kann das muss jetzt das wird und es klingt die Skulli ich weiß nicht genau warum ihr dies das Wort schießt sie dafür nützt ja es ist dran und das sieht gerade aber es ist er fürs Geld da oder G60 Flip, G60 Warrior, wenn man so springt, dann G60, aber keine Ahnung wie sie darauf kommen für das auch bei Shooter Games zu machen oder bei anderen Spielen. Nur weil es da natürlich krass sind. Man könnte einfach für Spiele das zum Beispiel G60 nennen. wo ist dasc milk? Man hat auch hier ein Bild von Moniz. Die Corusura sind Wert. Dein Schulte jetzt gleich diese Waffe hier mal. Okay, Hunde... Nehmt die Hunde weg, die Hunde, die Hunde. Nee, ich weiß, ich bin Taxi vom Messer, aber das ist nichts. Oh nein. Da ist ne Claymore. Das ist noch ne Claymore. Oh, was willst du jetzt tun? Was willst du jetzt tun? Wo ist das deine wehnte Freunde? Oh nein, kommst du nicht. Oh, Waffe. Ja, aufgeladen, aufgeladen. G6. G6 ist die Meister. Okay, ich glaube, jetzt kann ich mal die Waffe ab. Und dann lass mich nicht umbringen. Das Schicksal der Menschheit. So, die andere Waffe. Ich bin mit ihm. Das stimmt, ich bin mit ihm. Ich bin mit dem, ich bin mit ihm. Ich hab ihn nicht gesehen, ich hab ihn nicht gesehen. Ich lebe nur. Oh, das ist so wie ein Schlauch. Ja. Wenn man so einen Schlauch hat, dann kann man so einen Schlauch. Ich bin ein bisschen englisch. Aleppo! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Schnell die Waffe nehmen. Einfach alles aufgeben. Ich weiß keine Hand in meinen Raum. Ich werde getotet. Ich werde getotet. Getotet von einem Toter. Das ist das letzte Bild. Ja, cool, okay. Das braucht kein Schlamm. Ich werde getotet. Ich werde getotet. Ich werde getotet. Ich werde getotet. Ein bisschen, dann kann ich mich erst leicht. Ich habe nur noch zwei. in der Natur zum Zweck, kann ich die Iber gerne nicht nur noch so inittersхhalten in und da nicht mehr. Ich werde die Ikälesküle gegen Sie im Kopf bei der Sonne. Belogierst du auf zum genteil? Das ist schlauch von der Ank 현재. Sie werden die Ichcon werfeamousulator. Es lebe die Cola Bixen. Es lebe die... die Kaboom-Maschine. Nein! 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 Okay, so bin ich gestorben und so kommt man hin. Wie weit? Okay, wenn man das vorherige macht. Nicht das hier. Das war einfach nur Selbstmord. Niemand, den man selbstmord macht, kommt man aber noch weit. Okay, tschüss. Dies hier war die letzte Episode von Kino der Toten bei Wesley Nigel of Flygen. Add mich auf der PS3, schreibe es dann wieder auf der Deskription Wesley is World. Nicht vergessen. Okay, ciao meine lieben Leute. Und wir sehen uns beim nächsten Playtune. Oder kann dann einfach bei anderen Sachen. Tschüss!